Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Gasleck an den beschädigten Nord Stream Pipelines in der Ostsee entdeckt. Russland führt die Lecks auf einen Akt des Terrorismus zurück. Zumindest sehe es danach aus, sagt Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Die Aufklärung der Umstände erfordere eine Zusammenarbeit mehrerer Staaten, sagt er. Zu einem CNN-Bericht, wonach in der Nähe des Lecks russische Kriegsschiffe und U-Boote gesichtet worden sein sollen, sagt Peskov, die Präsenz der NATO in dem Gebiet sei weitaus größer. Die NATO selbst hält einen russischen Sabotageakt für am wahrscheinlichsten und zeigt sich im Fall von Angriffen auf kritische Infrastruktur zur Gegenwehr entschlossen. So erklärte das Militärbündnis, alle derzeit vorhandenen Informationen deuten darauf hin, dass dies das Ergebnis eines absichtlichen, rücksichtslosen und unverantwortlichen Akts der Sabotage ist. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, jedem vorsätzlichen Angriff auf die kritische Infrastruktur von Verbündeten wird mit einer geschlossenen und entschlossenen Antwort begegnet. US-Energieministerin Jennifer Granholm fügte hinzu, dass man die Untersuchungen abwarten müsse, aber es könne nicht unbeantwortet bleiben, auch wenn die Pipelines nicht in Betrieb gewesen wären. Der Vorfall zeige, wie wichtig es für Europa und alle anderen Staaten sei, sich nicht von Petro-Diktatoren abhängig zu machen, die Energie als Waffe einsetzten. Granholm weiter, Das kann nicht so weitergehen, wir müssen unsere eigenen, sauberen Energiequellen erschließen und nützen. Bevor das vierte Leck nun entdeckt wurde, waren Anfang der Woche innerhalb kurzer Zeit in dänischen und schwedischen Gewässern zunächst drei Lecks entdeckt worden. Die genaue Ursache ist weiter unklar. EU-Innenkommissarin Ilver Johansson hat die mutmaßliche Sabotage an den Ostsee-Pipelines, am Mittwochabend als Warnruf bezeichnet und einen Belastungstest für die kritische Infrastruktur angekündigt. Sie spricht angesichts der Lecks von einem Anschlag, der eine Eskalation und eine Bedrohung sei, wie sie sagt. Litauens Außenminister Gabriel Oslansbergis ging noch weiter und bezeichnete die mutmaßliche Sabotage als Terrorakt. Der Kreml-Indes hat Spekulationen über eine russische Beteiligung an der Beschädigung als dumm und absurd zurückgewiesen. Die UNO äußerte sich unterdessen besorgt über die möglichen Auswirkungen der Pipeline-Lacks auf die Umwelt. Man hoffe, dass die zuständigen Stellen die Lacks schnellstmöglich versiegeln können.